Unsere Frage der Woche ist, welches Land steht noch auf deiner Bucket List? Oh, also eine habe ich tatsächlich vor kurzem abgehakt, das war Indonesien, bin auf Bali gewesen im Januar, das war echt cool, auf Bucket List. Also ich glaube Südafrika, finde ich sehr, sehr spannend, da bin ich noch nie gewesen. Sonst Südamerika, irgendwas. Oh, Bucket List, Kanada, da kannst du mich als Reiseführer mitnehmen. Perfekt, ich komme nach Kanada und ich fahre nach Argentinien, weil ich möchte argentinische Steaks essen. Welches Land würdest du besuchen? Malediven. Die Malediven. Ich habe Japan gesagt, aber so. Ja, dann machen wir einfach beide Länder, oder? Oh, ich hatte das Glück, dass ich echt schon überall war, also fast überall. In meiner Jugend habe ich eine Serie gedreht, ich habe auf der ganzen Welt gedreht, da war ich 24 bis 26, war Sterne des Südens und da war ich echt schon an den schönsten Plätzen der Welt. Und vielleicht werde ich irgendwann mal nach Hawaii gehen, weil ich da die schönen Wellen liebe von den ganzen Surfern, das würde ich mir gerne mal anschauen. Japan auf jeden Fall, weil ich wollte immer mal nach Tokio, weil es da coole Foodspots gibt und ich noch nie so in dem Bereich so war. Ich war immer nur sehr viel in Europa und da hätte ich Bock hinzugehen, mein Papa wünscht ich es auch noch. Das ist sehr einfach, das war auch in fünf Funfics über mich, ja, das war Japan. Ich war noch nicht da, aber ich liebe, liebe, liebe Japan so. Was reizt dich da am meisten? Traditionen und alles. Essen, Traditionen, Kultur, alles, alles. Ich liebe es einfach. Nach Japan, nach Japan. Also ich liebe Asien und habe viele Länder dort schon bereist und Japan wäre so das nächste Ziel. Japan scheint echt im Trend zu sein, das haben heute schon einige gesagt. Ich würde richtig gerne mal nach Santorini. Da war ich noch nie und es sieht immer so schön aus auf den Bildern und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, mal wieder in Europa ein bisschen rumzureisen, nach Let's Dance dann. Mal so richtig runterkommen, würde eigentlich schön sein, ne? In Santor? Ja. Klingt super. Ich glaube, das Wetter spielt dann auch mit, ne? Ja, oder? Hoffentlich. Es klingt jetzt vielleicht doof, ich war so, schon bin ich ziemlich rumgekommen. Ich würde gerne nochmal in die USA, also nach New York nochmal, wäre so richtig schön. Ich denke, das wird etwas, vielleicht Singapur? Singapur, ja, Singapur. Generell Australien, Neuseeland, die ganze Ecke habe ich noch nie bereist. Da möchte ich gerne mal hin. Bis zum nächsten Mal.